Und... Genesung. Ich weiß nicht, ob... Professor ist das eigentlich wert? So. Au. Ich kann hier... Ah ja, perfekt. Wow. Das ist sehr effektiv, würde ich mal sagen. Würde ich mal stark behaupten. Schöne Stille. Uh oh. No. Würde ich auch sagen. Yurik, dein Ding. Au. Das hat ehrlich gesagt weh. Noch mal ein bisschen Feuer hier. So. Yeah, nice. Au. So war das, glaube ich, nicht ganz geplant, aber es war sehr gut. Gut. Okay. Wiederholen wir das bitte. Komm mal ja. Gefällt mir nicht. Okay, jetzt. Sturm auf... Nichts, offenbar. Dann brauche ich es eigentlich auch nicht. So. Machst du bitte Kette verstärken. Du machst bitte einen Eissturm. Zephyr, ja, du warst blau, ja. Eissturm. Okay. Genesung, darfst du mal übernehmen. Version von mir aus. Und Wald. Wald ist hier sehr wichtig, offenbar. Bäm. Oh. That's... Useful. Come on. Kann ich gerade nichts machen. Ah, ah. Nope. Das ist schlecht. Muss ich da jetzt Feuer drauf werfen? Ich probiere es einfach mal. Was haben wir denn schon groß zu verlieren? Ich werde mich heilen. Eigentlich egal. Du machst mal vorsichtshalber Eissturm. Du machst mal vorsichtshalber Genesung weiter. Du machst mal vorsichtshalber Meteor. Ach, ich habe immer noch beide? What? Dann auf jeden Fall. Und Wald hier. Auf den... Ist das richtig gemacht? Ich habe mich gar nicht mehr gesehen. Bam, 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 bam. Ich mach sogar Damage ihm. Very nice. Au. Ist auf jeden Fall relativ mächtig. Wenn ich ganz so gefallen möchte. Da ganz hinten. What? Äh. Oh Gott. What? Der heilt sich relativ schnell wieder. Das ist übel. Okay. Eissturm auf den. Genesung. Inferno auf den. Wald auf. Von mir aus den hier. So. Au. Do something about it. Ich hätte ihn doch fast schon. Ich dachte, ich hätte ihn. Einfach weiter drauf. Sollte irgendwann gehen. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh oh. Oh oh. Okay. Halt. What the? Stop. Stop. Machen wir mal bei Beschleunigen. Du machst bitte einen Schattenstich auf den. Bitte einen Eissturm weiterhin auf den. Und du bitte einen. Äh. Genesung weiterhin. Du bitte einen Inferno auf den da. Und du bitte einen Wald auf den da. So. Wir sollten erst einen nach dem anderen besiegen. Offenbar. Und das ist, glaube ich, das, was das Spiel möchte. So. Einmal kurz abwehren. Aufwirbeln. Wo ist er denn? Da hinten schon wieder. Aha. So. Bitte. Beleb dich. Nein. Oh oh. Ich kann nicht. Mach irgendwas. Komm. Bam. Nice. Könntest du da bitte auch wieder weggehen? Oh. Okay. Genau das wollte ich von dir haben. Ehrlich gesagt. Wo ist er denn? Da ist er nicht. Ha. Ich dachte, ich hätte ihn. Ich sehe nicht. Au. Jetzt bin ich natürlich tot. Und er wird sich wieder vollheilen. Okay. Der Kampf ist echt schön. Aber auch verdammt hart. Aber hey. Come on. Äh. Passt dann insgesamt auch schon. Bam. Come on. Äh. Ich lasse es mal noch. Ich weiß nicht, wo er ist. Bam. Äh. Hexentöter bringt mir gegen ihn auch offenbar recht wenig. Au. So. Einmal kurz hier. Stille. Ah. Das ist doof. Können wir hier nicht mehr machen? Ein bisschen. Abwehrbruch. Hier geht's. Hier geht's. Wir brauchen ein... ein... Konter-Ding offenbar. Come on. Ähm. Könntest du bitte auch mal sterben? Das wäre sehr schön. Ich versuche ihn aufzuhalten. Aber... Aber... Es klappt nicht so richtig. Okay. Da ist er wieder. Einfach weiter draufhauen. Und sofort danach. Äh. Äh. Shit. Bam. So kann ich zumindest seine Heilung blockieren. Aber ich habe nicht mehr arg viele. Come on. Come on. Komm her. Äh. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich den Pfeiler. Ich muss nur irgendwie ihn am Damage bekommen halten. Ich habe ja unendlich von diesem Pfeilen Level 5. Kann ich ihn zumindest aufhalten, bis er wieder herkommt. So. Könntest du bitte herkommen? Offenbar nicht. Come on. Du möchtest nicht. Mache ich hier gerade den falschen? Der kommt einfach nicht. Okay. Kommt er denn immer? Au. Jetzt ist er bald wieder voll. Na toll. Ähm. Sind jetzt hin? Okay. Come on. Nein. Nicht töten. Alle bitte mal wieder beleben. That's not going to happen. So easy. So. Jetzt aber. Beschleunigen. Schattenstich. Ähm. Egal eigentlich was. Lassen wir mal Eissturm auf ihn. Und du machst bitte mal. Genesung. Meteor auf ihn. Wald auf ihn. So. Verschleunigen. Schattenstich. Nein. Bitte nicht. No. That's dumb. I can't do anything. Komm her. Kann ich da nichts gegen ihn machen? I wonder. Ich glaube ich verstehe zwar das Prinzip von ihm. Au. Naja. Nicht ganz. Zumindest. Aber. Nein. Ich verstehe das Prinzip von ihm überhaupt nicht. Sorry. Ich weiß, dass man das Element matchen muss. Aber. Das ist gerade so heftig. Ich glaube nicht, dass ich da was richtig mache. Ähm. Müssen wir einfach mal draufhauen. Come on. Irgendwie gerade ziemlich laggy. Keine Ahnung, ob das es bringt. Come on. Ries. Einfach weiter draufhauen. Jürich. Jürich. Oder irgendjemand. Ah. Das bringt ganz offensichtlich nichts. Ah. Please. Come on. Du hier. So kannst du garantiert irgendwas. Bäh. Aua. Dieser Angriff ist heftig. Please. Ist ein Feuer. Gefällig. Oh. Nice. Yeah. So. Jetzt aber. Okay. Der eine heilt sich. Der andere nicht. Okay. Das ist schon mal eine große Hilfe. Glaub dir gar nicht. Jo. Mach ich gleich. Mach ich gleich. Muss erst mal aufladen hier. Komm mal. So. Perfekt. Mach nämlich hier schön Sturm drauf auf ihn. Du machst bitte Kette verstärken. Auf wen auch immer. Du machst bitte ein Klebscher auf ihn. Ja doch. Eigentlich bist du nicht. Genesung. Feuer auf ihn. Ich könnte auch ein Meteor auf ihn machen. Bringt das irgendwas? Und Wald auf ihn. Damit er mich nicht nervt. Super Meteor. Bam. 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 Kannst du bitte dann auch treffen? Offenbar nicht. Okay. Okay. So. Ich bin nicht ganz so leicht hier. Nein. 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 Heilung. Heilung. Au. Lass mich bitte in Ruhe. So. Jetzt aber. Sturm auf Heilung. Damit alle mal geheilt werden. Kette verstärken. Eissturm auf. Na. Da bringt nichts. Auf dich bringt es sowieso nichts. Dann macht du erst mal gar nichts. Wobei. Nein. 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 Da macht er nie was. Leuchten auf Denia. Und Inferno auf Denia. Und. Wiederbeleben. So. Bam. Sehr schön. Dann bekommen wir nämlich wieder ein Leben zurück. Funktioniert das? Was ich da gerade gemacht habe? Oder auch nicht Okay Ähm, Kalista, du machst es offensichtlich gleich Ja, perfekt Mal draufhauen Ich glaube, wenn ich einen Weg habe, dann geht das Ganze leichter Und das ist eindeutig der leichter zu machende Ja Ja Okay, ich kann den einen komplett ignorieren, offenbar Au, bitte nicht, nein Das ist bad So, jetzt aber Was, achso, ja klar Grün, grün, ähm Weiß ich noch, was es bedeutet Ich gehe schon mal dahin Du kannst schon mehr aus dem Schattenstich auf den machen Du darfst ruhig Weiter deinen Gletscher machen Und du machst Diesmal Verborgene Barriere Inversion Und Wald Auf den da Bäm Komm alle auf mich bitte Au Au Achso, das hat weh Sehr schön Verborgene Barriere ist fertig Das heißt, ich kann mich ein bisschen aufheilen Und du machst dann bitte irgendwas Äh, ja Thank you So, ich mach mal kurz beschleunigen Du Kette verstärken Du bitte Eissturm Du bitte Genesung jetzt Ähm, du bitte Inferno Und du weiterhin Wald auf ihn drauf Bäm Bäm Äh What No What Come on Jo Werden wir machen Sobald ich kann So kann ich's nämlich Kette verstärken Heissturm Wie immer Ja Komm Genesung Inferno Nicht auf dich Sondern auf dich diesmal Und Du bist mal ruhig Für ne Weile Bitte Come on Und Einfach drauf Halten Achso Darum I don't see it sometimes Ja Das should Wait Where is Zangorak Lord Zangorak Is not here What If Lord Zangorak Can obtain the outsider From Lazarus Island Then you are doomed Zangorak's Lazarus Island That's bad That's really bad Äh Salamander Okay Cool To the castle Doesn't look like Zangorak's Here No Not yet What You just gonna let Zangorak Striden to Lazarus Castle I know we should go after him But the outsider is up ahead I mean The other half of the outsider Must be what's moving this fortress The Gura A Warpgate Ach stimmt wir sind ja in der Gurag Fortress Oh Na glaube ich auch Aber erst in der nächsten Episode Denn Für heute war es das schon wieder Falls es euch gefallen hat Liken Falls es euch gefallen hat Abonnieren Dann schon viel Spaß Bei meinen anderen Let's Plays Tschau Leute